Halli und Hallöchen. So, wir wollten natürlich Auto kaufen. Und eigentlich hatte ich immer gedacht, fangen wir den Schwächsten an. So, Bullshit. So, da haben wir gedacht, warum holen wir uns nicht eigentlich gleichen Leistungsstärker ist. Ja, und hätte ich jetzt mal gedacht an den Mazda X7. Ich weiß eigentlich, ja, bin ich gerne mal gekauft. Weil ich weiß, dass er gut ist. Und wir brauchen ja mal andere Fahrzeuge. So, erstmal Bodykit. Das ist das erste. Nice. Das zweite sieht auch nicht schlecht aus. Das dritte. Nice. Ja, was ist denn das für ein Breitbau? Naja. Was ist denn das für eine Verunstellung? Nee. Was ist denn das am besten? Das Spoiler mache ich nicht wirklich, weil davon bin ich nicht wirklich ein Fan. Das ist eine andere Farbe. Das ist eine andere Farbe. Na, wir lassen es mal bei denen. Zubehör. Farbe. Glanz. 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 wir machen mal pink NFS Das sind die ganzen Firmen, Firmen will ich aber nicht. Das sieht doch schick aus. Lichter von Scheinwerfer. Ja, sehr stylisch. Und natürlich Neon. So, jetzt machen wir noch den Auspuff. Und wir machen die Felgen. Also ich weiß nicht wirklich, was sie bei den Felgen gemacht haben. Auf jeden Fall sind die mal wirklich schlimm. Also ich weiß nicht. So, Leistung Upgrades. 100. Da brauchen wir gar nichts mehr machen. Oh, eher sogar noch ein bisschen schlechter. Naja. Wir wollen ja auch mal andere Wagen sehen. Hat ja auch mal was. Und wir machen Mazda 7. Den Match Streit. Genau. Ist ja mal was anderes. Also ich sag mal so, mit den einen Standardwagen, die wir befanden sind, war es doch ein bisschen zu viel. Wir wollen ja mal andere alles zeigen. Das ist wesentlich Tuning. Ja. Kenn ich gar nicht, das Tuning. Der neue Titel muss da drunter leiden. Aber zu Recht. Und natürlich abkreizen. Dann noch einusuiker. Kaffee. Ja. Kaffee. Da drunter leiden. Das ist einfach nicht. Dafür, dass wir auf den Ort kommen. Und wenn dasandy zu tun. Das sieht jetzt schon gut aus. Ja, der liegt sehr gut auf der Straße, den muss ich wirklich lassen. Hier kommt nichts wirklich aus den Pötten. Okay. Und natürlich hat uns der Verkehr mal wieder abgeräumt. Aber das Rennen haben wir in der Tasche. Zu spät gesehen. Na ja, der ist ganz schön am Ende. Und wir haben ein bisschen Upgrade-Punkte bekommen. Und wieder drei Runden. Na ja. Fahren wir das erstmal weg. Okay. Okay. Und hier, was schwindet denn jetzt mal? Okay. 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 Das ist an uns dran. Wie immer eigentlich. Okay. 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 Wir haben jetzt mal ein bisschen. Okay. 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 Ecke hängen, da ist noch nichts verloren. Ja klar, übers Auto drüber. Ja schon haben wir sie hier wieder. Alles in Ordnung. Immer mit der Ruhe. Da kommt aber wirklich ein gewisser Pfeffer hier. Knappes Rennen. Ja. Ja. So haben wir das auch. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja. 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 Ja.